Hallo Leute, dieses Parfüm hier habe ich heute in meinem Parfümschrank gefunden, als ich diesen aufgeräumt habe. Das Parfüm heißt White Woman, ist von Kappa, ist ein Eau de Parfüm. Und ich kam lange nicht drauf, welchem Duft, welchem Designerduft, teurem Designerduft, dieses Parfüm hier ähnlich riecht. Und heute bin ich drauf gekommen. Leute, habt ihr schon daran gedacht, bloß wegzumachen und das Herzrot zu machen, um keine Videos mehr von mir zu verpassen? Macht das jetzt bitte! Also Leute, dieses Parfüm wurde definitiv von dem hier inspiriert. Und zwar von dem Parfüm Sadiq & Voltaire, wie es ist höher. Es sind keine Dups, auch keine Duftzwillinge, aber die gehen in dieselbe Richtung, die sind vom selben Schlag. Wenn du dieses Parfüm Sadiq & Voltaire, wie es ist höher magst, wirst du das hier auch mögen. Ich habe das Parfüm bei Tickemex für unter 10 Euro gekauft gehabt, vor ca. einem Jahr. Aber ich weiß, dass Rossmann & Möller Kappa Düfte hat. Und wenn du diesen Duft hier magst, kannst du dir gerne auch diesen hier anschauen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!